Die Auftragsbücher vollgefüllt, zu wenig Zeit und Personal, Platzmangel zum Lagern. Kommen Ihnen diese Probleme bekannt vor? Mit einer Hallendimension von 91 und 52 Metern und einer Produktionsfläche von 4.700 Quadratmetern bietet X-CAM jedem Holzbaubetrieb die Möglichkeit, den Abbund auf einer der deutschlandweit größten Stababbundanlagen durchführen zu lassen. Die Planung verbleibt komplett bei Ihnen und wir übernehmen den Hightech-Abgrund für Sie. Durch Lohnabbund mit X-CAM können Sie viel größere und deutlich komplexere Projekte realisieren. Wir haben hier ein super Resultat bekommen in Zusammenarbeit mit Firma X-CAM. Es handelt sich um ein Mehrzweck-Pavillon. Die ganze Abbund- und Vormontage wurde im Atelier von Firma X-CAM gemacht. Unser Standort befindet sich in Kall, in unmittelbarer Nähe zur Hilger Holz GmbH, einer der Top-Händler Deutschlands, der über eine Verkaufsfläche von 50.000 Quadratmetern verfügt. Die Schnelligkeit bei der Bearbeitung führt zu großen Zeitersparnissen. Präzise Holzzuschnitte für bis zu 30 Meter lange, 130 Zentimeter Breite und komplexe Bauteile sind für uns kein Problem. Auch der Abbund von Baubuche ist bei uns möglich. Mit einem integrierten Robotaggregat lassen sich Bohrungen, Fräsungen, Schlitze und Sägeschnitte von allen Seiten sowie aus sämtlichen Winkeln realisieren. Dank der Rundegger K2 Industry Abbundmaschine sind vielseitige Umsetzungen möglich und neuartige und effizientere Verbindungen realisierbar. Vor- oder Nacharbeiten der Bauteile per Hand werden auf ein Minimum reduziert. Es erfolgt eine direkte Vormontage der Eisenteile, Lackierung und eine montagegerechte Verladung. Außerdem gehen alle Bauteile direkt nach der Bearbeitung zur Baustelle und müssen nicht mehr gelagert werden. Die Professionalität hier hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Also wie verbindlich ihr seid, wie zuverlässig ihr seid, wie sehr auf Augenhöhe interagiert wird, obwohl ihr dieses große Ding hier zu managen habt und wir so ein kleines Puzzleteilchen im großen Ganzen sind, hat man nie das Gefühl, man ist unwichtig oder man geht irgendwie unter. Es ist immer alles auf Augenhöhe und immer alles dabei hochverbindlich und hochprofessionell. Das ist wirklich klasse. Lassen Sie uns gemeinsam arbeiten und den Holzbau voranbringen. X-CAM. Holz ist unsere Leidenschaft, die wir mit Ihnen teilen.